Hallo meine Freunde, herzlich willkommen in der Runde 7 Days to Die Mit dabei, die alte Crew Eigentlich die alte Crew, ich bin eigentlich mehr oder weniger der Neulinger drin Failcry, Abonaccio und die geliebte Xyra Hallo Hallo Moin Moin Psst Bert, guck mal da in den Schreibtisch, guck mal da in den Schreibtisch rein Hier gibt es einen Schreibtisch, ich habe keine Taschenlampe Wo guckst du hin? Ja da in den Schreibtisch Ach da Und du, ich habe keine Taschenlampe, will ich jetzt aber nicht nochmal hören Ich glaube, du hast mir schon mal ein Geschenk, kann das sein? Ja, ich glaube, jetzt wo du es sagst, fällst du mir auch so ein Hast du rausgenommen? Ja, ich habe in der Tasche Okay Ich setze jetzt mal Mein geliebter Stahlhelm setze ich mal ab So, dann kommen wir mal mit, hier geht es mir noch weiter Geht voll geil aus Weißt du, woran mich das so ein bisschen erinnert? So an die alten Doom- und Wolfensteinzeiten Braucht jemand einen Sledgehammer? Einen Vorschlaghammer? Ich kann mit dem nicht umgehen irgendwo So im blauen Vorschlaghammer Ich fand ihn mal ganz geil Aber jetzt, wo das mit der Reichweite von den Zombies so ätzend ist Glaube ich komme damit nicht mehr klar Kannst du den Squatten und den Ambuster drin auch? Ich habe leider keinen Platz Warte mal, ich schmeiß mal das weg Nee, kannst du direkt daraus scrappen Du hast auch Scrap-Iron, ne? Achso Eine Scrap-Iron Bei einer Anbaus kann man es immer wieder herstellen Gescrappt Öl ist gut So, haust du die kaputt? Das frage ich mir auch gerade Ich habe die bei mir im Solo kaputt Hier ist noch eine Potato Seed drin Hier, nimm einen Müllsack da Wenn du die mal einstecken kannst Weil ich habe bei mir keinen Loot-Reast-Born Und deshalb haue ich bei mir mittlerweile Einige Kisten kaputt Weil sonst renne ich da alle zwei Wochen wieder ran Und denke mir Ah, cool, was Neues gefunden Oh Dann guck doch mal in den rechten Karton Kannst du gleich lesen Oh 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 Hast du die schon? Ja Okay Ah, das nehme ich hier Kannst du noch Klebstoff aufnehmen? Nee, ne? Warte mal Klebstoff, doch, habe ich Achso Hier, linke, ganz hinten in der Ecke Die Kiste da Und bei euch da hinten Wie läuft das da? Genau Was macht der Endlust-Respawn? Wir haben jetzt die Leute heiß gemacht Die wollen jetzt Menschenmuster Wir hatten ja kein Endlust-Respawn Wir hatten ja eine dämliche Kreischerin Die sich im Gras versteckt hat Und Nicole hat sie trotzdem gefunden Das fand ich schon mal gut Ach, jetzt verstehe ich den Hinweis Den der Kreischerin Och, bad Ja Guck mal hier unten rein Ist es doch nichts besonderes Shotgun habe ich hier auch nochmal Falls du das meinst Achso, nee, das weiß ich nicht Makeovers Book Was? Was ist denn ein Buch? Makeovers Book Du kannst halt mal reingucken, ne? Ja, kann ich machen Ich habe hier auch nochmal einen blauen Mining Helm drin gehabt So, Nicole Ja MacDiver Ich gehe jetzt auch ein bisschen auf Steinsuche Das ist MacDiver Statt MacGyver Oh nein So Kannst du Squab-Eisen-Rüstung herstellen Shotgun kannst du lesen Also ich kann die schon Der Shotgun kann ich auch schon Die hatte ich ja vorhin schon Ne, du hast eine abgeseckte Shotplatte Achso Achso, okay Wenn du die anklickst Dann steht es uns ganz in der obersten Zeile Known Wenn man es schon kennt Okay Und da steht bei mir Das MacDiver Buch Kannst du es uns auch lesen Warum nicht? Team ist Team Das ist Squab-Eisen-Rüstung Da musst du halt jetzt öfter mal mitmachen Wenn wir Squab-Eisen-Rüstung wollen Achso So läuft das jetzt Achso, nee, das Thema hatten wir ja schon mal So läuft das Mit den Brandpfeilen Ja, ja, genau Mit den Brandpfeilen hatten wir das auch Das stimmt Ja, ihr Leute draußen So ist das Wenn man Let's Plays mit denen drücken macht Ist Privatleben null Ja Da wird nicht gefragt von wegen Ah, Vater hat Geburtstag Oder Vater liegt am Sterbebett Dann heißt es von wegen Ja, wir haben aber heute Aufnahme Genau Oh, kannst du noch Kannst du noch einen Geben Warte mal Kann ich machen Aber ehrlich schon Magnum-Frame aufgenommen Ja So Boah, wir haben hier so viel zum Looten Alter, da hinten ist ja auch noch Es ist ein bisschen wie zu Hause Weil, äh Das ist ja meine Solo-Map Du, ich wohne auf diesem Haus Achso Also, und unten auf dem Parkplatz Kannst du hier einfach runterspringen Oder mit? Ähm Nee, ich bin im Haus Achso Scheiße, ich hätte keinen Fall sagen Ja, vom Dach kannst du einfach runterspringen Gar kein Problem Habe ich ja auch eben gemacht Scheiße, zu spät Habe ich zu spät dran gedacht Das hätte mir mindestens zwei gebrochene Beine eingebracht So, ich, ich Ey, das hört für mich echt so aus, als wenn du da runtergesprungen wirst Warte Ach, schade So, okay Ja, den Shotgun-Store können wir jetzt Also, ich habe keinen Platz mehr Wollen wir zurück? Dann, weil wir müssen ja um 22 Uhr auf alle Fälle fit bei den beiden Kollegen sein Wir haben jetzt 15 Uhr 26 Wie lange brauchen wir ungefähr zurück? Ja, nicht so lange Aber meine Taschen sind randvoll Also, wir haben hier noch eine Tankstelle Und wir haben hier noch einen Shotgun-Store Ja, pass auf Lass uns nochmal kurz in die Tankstelle Und dann Oder du Shotgun Nee, den Shotgun-Store macht keinen Sinn Ich kriege, ich kriege keinen Ich habe das komplette Inventar voll Irgendwo so Achso Pack ein Zombie rum Ja gut, ich kann Stoff und sowas Und Potassium kann ich hier lassen Das könnte ich schon machen Und das ist, das Den Messing kann ich natürlich auch scrappen Okay, ich scrappe jetzt das Messing fertig Dann kriegt es ja wieder Schimpfe auf den Kanal Weil dann gehen wieder Kommentare los Warum scrappst du das? Wenn du das direkt einschmilzt Bringt das viel mehr So Ich brauche Platz Ja gut, was, bist du auch so ein Boon Eher wie jetzt noch Metall Metall brauchen wir ja nicht wirklich, ne? Scrub Island könntest du zur Not auch hier lassen, wenn du das meinst Aber Messing ist halt wichtig Das Blei lasse ich jetzt auch hier Cotton Seed ist aber wie auch nicht wichtig Nee Oh, da hinten ist aber Action Oh, hier ist einer drin, ne? Äh, dann Shotgun Store Oh, hier sind ja noch mehr Zombies drin Brauche ich zu dir kommen oder geht das? Oh, drei Stück sind es noch im Laden Ist halt ein bisschen eng Oh, draußen ist es Oh, nee, jetzt brauche ich Hilfe Also was ist das Hilfe? Aber es dauert eine ganze Weile, bis ich die alleine alle weg habe Komm gleich zu dir Wir sind doch noch ein paar mehr aufgetaucht jetzt Ja, komm Ich glaube, irgendwo ist das noch Ich will auch nicht alle Pfeile verschießen, ne? Wir haben ja gleich Ferala-Horde, ne? So Kannst du sonst mal sehen, wie du Bock hast? Ja, da bin dabei Ähm, was den Shotgun Store angeht Würde ich ganz gerne nicht Weil ich meine, ich möchte das zuerst sehen Aber ich würde ganz gerne die Kisten öffnen Weil ich, äh Ich habe geskillt, dass ich bessere Loot finde Und ich glaube, den Skill hast du noch nicht Nee, nee, hab ich nicht Das heißt, ich muss sie nur einmal öffnen Du kannst dann reingucken, kannst sie danach auch Ich muss sie nur einmal öffnen und wieder schließen Weil beim Öffnen wird das ja festgelegt, was drin ist Verdammt, eine Kiste haben sie uns schon weggehauen, die Schweine Oh, ist das eklig Das ist ehrerlich Eine Kiste haben die uns schon kaputt gemacht, hier Wie doof Ja, da war bestimmt was Tolles drin Hm, was? Ist es denn bei allen Kisten so? Also bei allen Sachen, die man looten kann, so? Oder? Naja, in Kisten und Safe sind ja bevorzugt Werkzeuge Oder irgendwas Cooles drin, ne? Und, ähm Hier, wie ein Shotgun Stock zum Beispiel Den habe ich jetzt, äh, lila bekommen Deiner wäre dann vielleicht nur blau gewesen Oder grün Okay Ähm, die Kisten, die hier stehen, kannst du öffnen Hier kannst du Hier ist was Schönes drin für dich Kenn ich auch noch nicht, kannst du aber lernen Also habe ich selber noch nicht Warum soll ich denn immer alles einsacken? Ich denke mal, äh, naja, weil Brauchen wir das auch noch für, für das Dach oben? Hast du da auch noch vor, so zu bauen? Nö, ich denke, ein Dach machen wir heute, ne? Ja Weil ich bin ja auch bald einmal rum Also Oh, ich habe eine komplette SMG gefunden Achso, dann brauchen wir gar nicht mehr so viele Steine Das ist nice Ne, also kannst du erst mal stoppen Okay Ja, und jetzt habe ich hier überall Munition Und wie gesagt, leider irgendwie nicht mehr wirklich viel Platz Ähm Ich muss jetzt irgendwas hier lassen Warte mal, wir haben es auch gleich 17 Uhr Ich weiß nicht Ich lasse Leder hier, ich lasse Stoff hier Wir müssen gleich zurück Unbedingt, ja, ja Ich lasse die Short Iron Pipes hier Und ich lasse das Knochenmesser hier Und ich lasse die 8 Papier hier Daran wird es schon nicht mangeln Das hier Aber ich möchte wenigstens die Munition hier mitnehmen Oh, ich bin durch Super Sollen Rot Seed brauchen wir nicht, ne? Äh, müssen wir uns besorgen Die Seeds, damit glaube ich noch Also dann, den brauchst du nicht wegschmeißen Den Pflanzen einfach ein Okay Achso, du sagst die Seeds, ne? Ne, ich weiß nicht Aber das sind doch nur diese gelben Pflanzen, ne? Womit man früher dieses Getränk gemacht hat, ne? Und wenn das die gern Pflanzen sind Und einfach einpflanzen Ne, weil ich nur einen Seed davon hab Und der nimmt natürlich Platz weg, deswegen Ja, wie gesagt Der hat die Seeds auch Ja Magst du da mal kurz herkommen? Ja Was ist denn jetzt? Hier Äh, ich meine Ich hab die meisten Sachen jetzt schon leer gemacht Aber, äh Komm Ist hier überhaupt machst du Ja, hier sind noch Pistol Barrel und sowas Wenn du irgendwas mitkriegst Äh, warte mal Shotgun Long Barrel Warte mal Äh, Pistol Shotgun Long Barrel Einen hab ich noch Hier Äh, das Lina in der Ruhr Kannst du dann mal mitnehmen Das Orange brauchen wir nicht Das glaube ich nicht So, und sonst bin ich jetzt auch voll Ähm In den Safe Da könntest du mal reingucken Vielleicht ist da was Interessantes für dich drin Oh, wie gesagt Ne, hier ist ein Wand-Safe Ach da Ja Was man nicht in den Kopf hat Das hat man eh nur B, ne? Hm, Iron Ach, schon wieder Scrap Iron im Safe gefunden? Einfach nur Iron Schade, wenn ich 100 gehabt hätte, hätte ich dir auch 100 reingepackt Kannst du dich nicht noch dran erinnern, wo wir in der Wüstenstadt waren Wo du Scrap Iron hast und ein Safe geholt hast? Hallo Wir wollen jetzt hier keine alten Geschäfte Ach das Du Ratte, ey Ich hab's da extra reingepackt Ich hab's da extra reingepackt Achso, hier, nee, pass auf Das war drin Hier, warte, das war drin Ich geb's dir Kannst du auch lesen Ich red mich Komm her Ich hab hier Da war ein Rezept drin Das brauche ich nicht Ich kenn das schon Bad, bitte, bitte Och, Mann Ach, ich werd aber heute nach auf der Straße drauf angesprochen Nein, nee, auf dem Kanal werd ich drauf angesprochen Auf und zu mal Hier, da Leatherhood Schirmatik Ich muss doch ganz ehrlich sagen Warte mal, ich hab gar keinen Platz Nee, das kannst du lesen Achso Achso, ja vom Boden natürlich nicht Aber das ist ein Rezept halt nur Nee, also für euch da draußen Die bei Velcroi gucken Ganz ehrlich gesagt Es tat mir weh Es tat mir echt weh Also wenn ihr ihn haten wollt Was kommt denn jetzt So was passiert So was passiert Kommst du einmal in einen Garten Wir haben acht Jahre Ich werd langsam nervös Ich werd langsam nervös Ja Komm Renn vor Du weißt die Richtung Da wo unser Da wo die beiden Pfeile angezeigt werden Die Dreiecke von den beiden Ich würde mal annehmen Dass sie beim Haus sind Die saßt du doch auch im Kompass im Tracking Ansonsten müsstest du das Bett sehen Das ist dann knapp am Thema vorbei Ist ja im Nachbarhaus Stumpf Nordwest Aber cool Das hat sich ja gelohnt hier Das hat sich richtig gelohnt Ups Wir bringen Waffeln mit Also Waffen Ich hatte jetzt auch voll Lust Auf eine Waffel Mit heißen Kirschen Und Samen Pass mal auf Pass mal auf Oh jetzt richtig Xyra so einen richtig geilen McRib jetzt Richtig geilen Barbecue Burger Ich mein Ich könnte mir ja sogar noch holen Bringst du mir einen vorbei? Hm? Wie nö Bringst du mir einen vorbei? Wieso? Du wolltest das sowieso los Ich mach doch keinen Umweg Das ist eigentlich auf dem Weg von dir Nein Nicht wenn ich andersrum fahr Achso du fährst extra andersrum Damit du nicht bei mir vorbeikommst Damit es halt nicht auf dem Weg liegt Ja Jetzt hätte ich auch Lust nochmal loszufahren Ich glaub aber Ich muss mir da echt noch was zu essen holen Ähm Was mach ich hier eigentlich? Ach ja ich warte Worauf auf uns? Äh ne auf Abo Aber ich kann schon mal noch Ach du wartest auf mich? Ja Achso Sekunde Ben du rennst da Hast du so viel Ausdauer Oder du machst gar keine Pausen hier Ich musste schon mal nachtrinken geben Ne ich mach immer einmal kurz Pause Und dann renne ich weiter Hab ich gar nicht gesehen Ich ruhig auch gar nicht Ich sag mal so Ich mach immer 5-6 Schritte Pause Und dann renne ich immer gleich weiter Und jetzt häng ich Jetzt geht's weiter Ah ja ja jetzt sehe ich es Warum wartest du denn auf mich? Ähm Weil ich wissen will Ob ich die Decke hier so zumachen kann Ja wohl da war doch ein Nest Ohne dass es runterkommt Ja ich häng gerade Hast du ne Hacks Du bleibst doch verstanden Ja ja ich leck gerade ganz schön Hm Oh so viel brauch ich glaube ich nicht Guck mal wir sind ja gleich da Die Pfeile werden ja schon größer Ja klar hier Hier oben sind doch schon Hier ist unser Baumspielplatz hier Baumspielplatz Ja Ich fand das geil Das hat richtig Laune gemacht Boah das müsste man mit Zu viert mal machen Ja und dann ganz viele Bäume einpflanzen Und dann mit Ketten sägen So kommst du rein Machst du So jetzt bin ich gespannt Wir sind wieder zu Hause Willkommen ihr Spielkinder Guck mal wie sie sich freuen Dass wir jetzt so Hast du das auch gemerkt Diese sturmende Begeisterung Ich hätte jetzt eigentlich gedacht Dass von Xyra jetzt irgendwas kommt Schatz du bist zu Hause Ja nee so gut kennen wir uns ja jetzt auch nicht Ähm Also Xyra ist schon Achso Ich dachte wir wären jetzt noch bei mir gewesen Abo Schatz ich bin zu Hause Ja das ist etwas wo man sich dann auch Gedanken machen kann So die Nilgun die behalte ich für mich So das habt ihr davon Nee also die packe ich bei euch oben in die Kiste Aber ich denke mal Abo als Baumeister Und du da Ach da draußen ist ein Zombie Warte mal wo ist er denn Tot Okay Xyra Ja Guckst du Guckst du Äh ja Einmal aufhören bitte Aber kein Shotgun Receiver leider gefunden Das ist ein bisschen ärgerlich Wir haben keinen Shotgun Receiver Bad Ja SMG Assemble Ähm Bitteschön Was frisst ein SMG denn 10mm Weiß das jemand Ich hab leider gerade keinen Platz Pass mal auf Äh Abo Du nimmst mal das hier Ja Jetzt geb ich's dir nochmal Bitteschön Juhu Jo Danke Velcroi Ja was Bitteschön Ja super Danke Was ist denn jetzt besser Dieses Barbit Club oder dieses Spike Club Nein der Spike Club ist deutlich besser Den anderen kannst du direkt zu Scrub verarbeiten Okay Oder direkt in den Schmiedeschmacht Wie du willst So was habe ich denn jetzt hier noch Also der Spike Club ist um Längen Der ist sogar Egal wie ich den wieder bei mir gefunden habe Aha Herrlich Ja das ist klasse Okay So Ups Das wollte ich nicht Ich hab noch einen lila Motor gefunden Was Machst du schon wieder Sachen kaputt? Ja Ich hab noch einen lila Motor gefunden Und einen grünen Motor gefunden Ah guck mal Jetzt hast du auch schon mal eine Knarre Wahrscheinlich nicht sehr viel Munition Aber zumindest ein bisschen Äh 67 Schuss Ja guck Ich hab 19 Schuss Für meine 9 Millimeter Ah ich hab 10 Millimeter Also das ist ja praktisch Dann nehmen wir uns das ja nicht gegenseitig weg Das meine ich damit Naja da hast du nicht ganz unrecht Ähm so 25 Sprungfedern Nochmal ein bisschen Benzin gefunden Ähm noch ein Shotgun Long Barrel Aber ohne Shotgun Buch Ach war doch eine Shotgun kann ich doch Ähm Eine Shotgun müsste ich doch eigentlich zusammenbauen können Ich hab doch ein Shotgun Buch gelesen Keine Ahnung Oder was ist das Shotgun Book Was du mir gegeben hast Ja aber bei mir stand Known Meine ich Äh Sonst hätte ich es ja gelesen Kannst du Dann kannst du aber die Shotgun zusammenbauen Hier sind jetzt übrigens Ähm Noch ein paar Pfeile drin Ich nehm aber noch Ja Es bringt aber auch nicht wirklich viel Weil wir haben Uns fehlt noch ein Teil einer Shotgun Also wir haben noch keinen Receiver Wir haben keinen Shotgun Receiver Das ist ein bisschen ehrlich Aber Bad Kannst du mal in die linke untere Kiste gucken Denkt ihr an Essen und Trinken bei euch Hier Wie die Waffenkiste Ja Links unten Ja So da ist ganz links unten Ist Sind Shotgun Teile Ne Mhm Äh Klick mal eins an Nur anklicken in der Kiste kannst du Findest du dann da rechts oben Äh Ein Button Assemble Nein Wo du sonst skrippen kannst Nein Aber vielleicht musst du es auch ins Inventar nehmen Warten mal Das kann natürlich auch sein Ja warte Dazu muss ich mich erstmal leer machen Weil ich bin immer noch komplett Ne dann geh mal raus Dann probiere ich das mal eben bei mir Ich müsste das Ich meine ja auch Dass ich das Buch hatte Ja okay Man muss es im Inventar haben Dann kann man auch sagen Assemble Dann kann man auch sagen Ähm Wir könnten Wir können Wir haben einen Hunting Rifle Ne Also wenn jemand noch eine Waffe braucht Einen Hunting Rifle Wir haben einen Hunting Rifle Ja wir haben einen Hunting Rifle Oh Und grün ist sogar 365er Haben wir dafür auch Chance Äh Was Die 762 Munition Ähm Haben wir Ich nehme Okay Eine Patrone lasse ich wieder drin Lass mich mal kurz gucken Ob ich das Hunting Rifle Nicht noch eben ein bisschen Verbessern kann Ne besser machen kann ich es gerade leider nicht mehr Weil es also Ein vollständiges grünes Handeln Mädels Ich habe jetzt dieses Small Engine Habe ich jetzt Auf Keine Ahnung Grau Oder wie man das immer nennen will Die kann ich eigentlich zerstören Oder wird Nein Ähm Da können wir uns wenigstens Ein Bohrer mit machen Oder sowas Ähm Schmeißen wir auch rein Weil wir haben die schon zigmal Ich bin oben und mache hier gerade einen Raumaufteilungsvorschlag Äh Ich glaube für den Betonmixer brauchen wir auch einen Also wenn wir uns mal einen zweiten Betonmixer Ich meine weil die haben ja schon 1, 2, 3, 4, 5, 5 Stück haben wir hier schon drinnen Schmeiß sie mal rein Kann ich jetzt nicht direkt 2 Minuten vor der Horde klären Das geht nicht Okay Sehr gut Da hast du eine Waffe Also Autoren sind schon selten Und Werner hat die SMG Okay Keiner von uns nimmt den anderen die Munition weg Das heißt wenn wir so Munitionen finden ist immer super Genau Und ich habe jetzt ein paar Schuss Das ist sehr schön Achso warte mal Nicole Dann kannst du eigentlich auch Wo ich gerade hier bin Die hier nehmen wenn du möchtest Und es ist schade dass ich keine Shotgun verbett zusammenbauen kann Guckst du Ja Shotgun wäre natürlich Ah noch ein paar Pfeile Stahlpfeile Stahlpfeile noch besser Ja Die kannst du wunderbar gegen die Treuhe ansetzen Pistil Pistil Da habe ich eben so heftig die Köpfe mit weggeschossen Habe ich nur gedacht ich will irgendwie was anderes Aber nicht Weil wir So habt ihr alle irgendwie So es ist 21.10 Uhr Wir haben 21 Minuten In ein paar Minuten kommen wir heute Wollen wir uns verabschieden Ja Verabschieden jetzt ganz schnell bis zur Horde Und tschüss Genau Und tschüss Tschüss Tschüss